wir haben einen freunde ich wollte mich noch von diesen part dafür entschuldigen dass nicht so leise würden also wenn ich weiß nicht wie das für euch ist also ich finde mich da halt so leise und dafür wollte ich mich entschuldigen und das wird sich dann im nächsten part besser und soll ich halt noch mal sagen meine lieben Freunde ich bin zwei Liter und willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal ja dieses Projekt ist die wir so schon sehen können Bein Ding auf Eise Rieber und was ich dazu noch mal sagen möchte ist ich habe schon ein bisschen gespielt es einfach zu kommen und die Leisheit der Kassel als er verliehen die die und wir spielen was ich sagen möchte ist es wird nicht immer ein paar kommen keine Ahnung was du machst Gott Ja, ich bin tot. Moment. Ja, pff. Wenn ich jetzt nicht rauskomme. Nicht lange. Oh Gott. Die Parts werden kommen, weil ich denke, wenn ich sagen werde. Jo, jetzt soweit. Jetzt kann ein Part kommen. Oh, er nicht. Also, ich wette. Man guckt, ob ich es regelmäßig bringen werde. Aber wahrscheinlich nicht. Bis auch momentan finden die Schuhe los. So. So. Dann. Werde ich jetzt zwei Ebenen und kein Schaden bekommen. Sieht das aus mit der Karte. Na komm. Monsts. Das hätte mich seitdem ich schon so oft mit... Das hätten mich schon so oft gehabt. Oh, das war die große Kugel. Das war die große Kugel. Oh, die war bei den Schleusse eigentlich nicht wahr. Zeig, dann gleich in die nächste Ebene. Und dann haben wir doch einmal Schaden bekommen. Wie geht euch los? Ich habe den Spasen verschlagen. Oh Gott, neu, wie viel. Böse viel. Böse viel. Böse, kaputt. Ja, ich sehe da so einen blauen Stein. Das sieht erst mal ein Feuchchen aus. Man soll ja nicht wirklich Feuer spielen. Oh Gott, das bist du. Das hört sich gut. Was macht das, Alter? Ich habe es mit Rumpen bekommen. Ja. Ich bin gegen den Stein. Aber ich möchte jetzt gerne wissen, was da oben im Staffelraum ist. Was weiß ich, solltest du es nicht tun. Aber ich kann nicht anders. Verletzt nicht spinnen. Stammt, spinnen. Stammt, spinnen. Stammt, spinnen. Sprengen, zwei Pommes zu bekommen. Dann möchte ich nur mal da springen. Um das selbe zu bekommen. Und dann... ...sehe ich, dass da ein blauer Stein ist. Und ein Semmelherz. Ich kann fliegen. Los, fliege. Oh, ist das schön. Ja, ich kann fliegen. Cool. Lomo. Hallo? Ja, und doch. Jetzt hier nur noch der Brimstone. Boah. Schön wie ich die Wahl aus. So halten. Eigentlich mal schauen. Okay, noch ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Okay. 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 Oh Gott. Hoppsbrim. Oh Gott. Hoppsbrim. Okay. Oh Gott. dr auch kommt schon Geh, geh, geh meh Das ist es. Verlasset mich jetzt gar nicht drauf ein. Gefällt euch das? Und bumm. Oh Mann, ein Neurus hat bis jetzt noch gar nicht. Alli, jetzt bietet es seine Augen. Ja, schön. Na, da war doch nach oben noch ein Herz. Da war doch ein Herz. Wieso habe ich das Herz nicht aufgesammelt? Jetzt hätte ich hier nicht genug eine Explosion. Jetzt komme ich hier nochmal mit Props Brain an. Pass mal auf. Ich habe sie frei, genau, okay. 6. 4. 5. 6. 3. 5. 動modum Lenkung 3. 6. 1. Abgerόςenas 4.- 5. 6. weiter geht pju ey, ich muss mich nicht, du machst ein ganzes, das ist schade oh 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 da ich den Wald auch noch nicht hatte, werde ich auch noch nicht zum Boss geben man gibt ja wie viele möglichkeiten oh, was warst du denn? Damage up, ja, genau das was ich brauche dieser Run wird unser Glück wird das, das wird der erste Run, den ich überlebe die Sterne, die stehen gut für uns mega fett ich bin los, fliege oh ich brauch genug ich geh jetzt ran, genau und dann gibst du mir den Lack an go chat was hat das Anleitung gebracht keine Ahnung ich weiß nicht was das Anleitung gebracht hat, aber wir haben jetzt nur noch Seelenherzen ohne hier Ach komm schon. nochmal getrunken wir versuchen hier mal was daraus zu machen hier 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 Schöpfe Oh Gott sie sie sind nein du darfst mich nicht in die Luft Du Aue du Jurofund Okay, das gefällt mir Gib mal noch mal ein Jurofund Guck mal was passiert wenn ich hier Was ist das? Ich würde sagen, wir nehmen den Damage ab. Wir haben haupt und geht ihm ab. Du kannst sch 별로es Tipp sein, wie ja. Dann geht es klar. genau ne normale kiste tut mir leid das ist alter das geht mal dir falsch ne gute Kisten ne ach mir doch einfach auch Gaffi und auch zwei Bomben dann passen wir auf das Ziel der Geheimraum gehen wir da rein kriegen den Schluss haben sie in die Kiste die uns in den Anfangsraum bringt die Kiste 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 Das war's für heute. Das fände ich aber ungerecht, vor allem nicht. Oh Gott! Ach, die springen ja auch hoch! Oh Gott, was seid ihr denn? Ich muss mal in den Schaub. Oh Gott! Oh Gott! Okay, auf zum Boss oder wie? Mit der linken Hand. Oh ne, was? Das ist ja schon Mom! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Isaac! 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 ich weiß nicht ob das gut ist ich bin einfach so schnell ich bin einfach viel zu schnell ich bin einfach Okay, ich werde sowas von sterben. Der Run war zwar schön, aber ich werde sterben. Moment, wir machen gleich mal weiter. Oh, das ist doch alles. Das ist doch mal. die ein spiel ja sie ist aus was es es gibt es wenn man muss jetzt so ich hab's gerade ein zweites Mal öffnen verschließen das jetzt machen wir das also es war schon mit euch gespielt zu haben obwohl ich könnte ja eigentlich noch vielleicht finde ich ja noch irgendeinen Stein ich finde da noch irgendeinen Stein zu sprengen auch wenn das sehr weniger so sein wird oh naja hier können schwarze Herzen ich finde es war einfach mal die genau ja komm als ob ich hier jetzt Monstru 2 brauche also es hat sowieso keinen Sinn sind diese Karte ein ich werde bei Mom sterben dieser Römer war schön auch wenn das der Lucky Rock ist den können wir einfach mal ok wir gehen gleich in den Shop und zahlen nochmal ein ich bin jetzt einfach ein Stein hier hier zack mani 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 ich hab keine Bombe mehr ich glaub auch Was macht der eigentlich? Ich habe keine Ahnung was das Item macht. Du mal, wenn das steht. Ja, ich bin Isaac. Oh Gott. Wir haben noch sechs Versuche. Die nutze ich auch. Okay, es ist ein Nummer. Das ist ein Nummer. Das ist ein Nummer. Isak! Isak was called! His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isak. I will do as I am told, my Lord. I love you above all else. Isaacs mother repeated to herself this was the end of the line for Isaac his mother was far too strong for him but just as he accepted his fate God intervened sending an angel down from above to stop his mother's hand and just like that it was over oh my god oh my god how close it was oh how close it was denn oh das gibt es so was haben wir das kaputt mit eise geschaffen die man jetzt mal gesehen hätte das nicht angezeigt aber wahrscheinlich muss sie jetzt kommen ja es war es dann mit dieser runde die märkte was ich habe die Sinsen das nächste Mal wieder ließen dort er ist bis zum nächsten Mal Schildes neue